Sie tun stets, was die Firma verlangt. Ich stehe zu ihr und hab darin nie gewandt. So werden sie niemals ein Doss. Ich weiß dafür, wen immer die Firma auch feuert, ich bleib ewig hier. Hallo, ich bin Jay Pierpont Finch. Eigentlich bin ich Fensterputzer. Ich bin Rosemary Pilkington und ich arbeite als Sekretärin bei der World Wide Whipple Company. Hallo. Ich bin Hedi. Ich bin eine Sekretärin, die noch viel zu lernen hat mit besonderen Beziehungen zur Chefetage. Und ich bin die Chefetage. Buenos dias, honka, jazwa! Also ich bin Bud Trump, Trump, Trump. Und ich bin JB Bigleys Neffek. Ha! Du hast schon wieder deine Mutter angerufen, weil du befördert werden willst. Warum denn nicht? Andere Leute werden doch auch befördert. Ich bin hier in dieser Firma und arbeite mich langsam, Stufe für Stufe, empor. Und mittlerweile bin ich immerhin schon Abteilungsleiter. Vielleicht geht der Weg noch steiler nach oben. Ich arbeite dran. Ich trage dies einzig Stück. Ich fühle mein eigenes Glück. Ich trage es für ihn. Ich bin eine sehr ehrgeizige Sekretärin, die auf ihre eigene Art und Weise sich hocharbeiten möchte. Und zwar suche ich mir einen erfolgreichen, aufstrebenden jungen Mann in der Firma. Und sie denkt sich, er käme gerade rechts. Und er denkt sich, beruflich wäre schlecht. Frauen sind für die Karriere wirklich eigentlich immer schädlich. Auch wenn man sagt, dass hinter jedem starken Mann eine starke Frau steckt. Hallo Mama. Höre ich deinen Namen, klingt Musik ringsumher. Ich höre überhaupt nichts. Also, wir nähern uns an. Und, naja, mittlerweile ist sie zumindest mal meine Sekretärin. Das genieße ich sehr. Sie ist damit ein wenig ruhig gestellt. Mir ist wohl bewusst, dass ein Karrieremann viel arbeiten muss. Aber das nehme ich gerne in Kauf, um das zu erreichen, was ich möchte. Ein Haus in New Rochelle und ein erfolgreicher Mann. Hedi wiederum möchte steile Karriere machen. So wie Finch. Und sie macht es auf ihre Art. Ich hatte ja kein Schimmer, was du für mich fühlst. Ich weiß niemand, aber ich bin extrem emotional. Ich doch auch! Nichts war mir je so teuer wie ein lebendes Herz aus Gold. Aber der Weg von Hedi nach oben bedeutet auch eine Trennung von mir. Ich weiß, Berlin. Geh auf. Nimm's nicht persönlich. Und Zeit zu Zeit flog hier mal ein Kollegen aus. Wenn immer die Fähre auf Feuer fährt, sind wir zu Haus. Aiches-Borke Bege 神 Geh ains Geh hommes ges es blew es flies 英 โ Untertitelung des ZDF, 2020